Ja, erstmal herzlich willkommen zu Modankoi-Blog. Aragoke, das große Thema. Die Jungs geben sich wirklich richtig Mühe, die zu züchten. Und heute ist die erste Selektion einer neuen Verpaarung. Es geht um Deutz Karashi Platinum Ogon, gekreuzt mit Karashi Ginrin Ochi-Ba. Und was dabei rauskommt, wir wissen es absolut nicht. Wir hoffen natürlich, dass viele mit dieser wilden, mit dieser Aragoke, ich habe es schon tausendmal erklärt, die wilde Beschubung rauskommen. Wissen tun wir es nicht. Und wir machen uns die ganze Zeit Gedanken darüber, welche Varietäten würden eigentlich als Aragoke besonders gut aussehen. Klar, Ginrin-Sora-Goi, Ginrin-Chagoi. Konishi, mit dem haben wir gestern Abend auch geredet. Er meint, ein Aragoke braucht immer Ginrin, um diesen Effekt irgendwie noch zu verstärken. Wir haben aber auch normale Nanashi-Goi als Aragoke, also wir wissen es nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir haben so ziemlich alle Aspekte mit drin bei der Geschichte. Wir haben Var-Goi, wir haben Deutz, wir haben Metallic vom Platinum und wir haben Nicht-Metallic vom Ochi-Ba. Wir haben Grau, wir haben Braun, wir haben Weiß, Metallic-Weiß vom Platinum-Ogon. Und im Platinum-Ogon bei uns steckt auch Hari-Wake mit drin, also auch Metallic-Orange. Also das wird ein buntes Spiel. Allerdings, die kleinen sind noch sehr klein. Die sind jetzt wahrscheinlich so wie gestern oder wie bei der letzten. Ich weiß jetzt nicht, wann der Block ausgestrahlt wird. Wie bei der ersten Selektion, die wir hier gefilmt haben, die sind erst so 4 bis 5 Zentimeter. Ich würde wahrscheinlich altersbedingt nicht viel sehen, ob das jetzt überhaupt ein Aragoke ist oder nicht. Aber Akimoto und Makoto sagen, das ist überhaupt kein Problem. Klar, die haben das Koi-Game schon tausendmal durchgespielt. Die wissen, wie es funktioniert. Die wissen, was ist gut, was nicht. Worauf muss man achten. Und das Wichtigste, wie immer, wenn es um Koi geht, ist natürlich erstmal die Unversehrtheit der Kleinen. Dass möglichst wenig Handicap dabei rauskommen. Davon gehen wir jetzt erstmal aus, weil die Blutlinien ganz weit auseinander sind. Also da ist kein wirklich enger Verwandtschaftsgrad. Am Ende sind alle irgendwie miteinander verwandt, weil das natürlich auch ein großes Mischmasch war, die ganze Zucht. Und das weiß wahrscheinlich auch niemand so ganz genau, wann welche Blutlinie wo mit was wieder verkreuzt wurde. Aber wir werden es sehen. Jetzt wird er als erstes abgefischt. Und dann sind wir auf unsere neue Aragoke Blutlinie gespannt. So, Makoto kaut hinter der Kamera ganz entspannt ein Kaugummi. Der weiß jetzt nicht, dass ich das sage. Dann kann ich Ihnen das ganz entspannt mal zeigen. Wenn Japaner Kaugummi kaut. Ohaio gozaimasu. Ohaio gozaimasu. Iranai. 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 Oh, doko de? Ue. Ue. Honte ni ue? Ue. Ue. So, wasi-tachi-tachi wa ima chumbi oshimasyu. Ano D-House-nz. Shashen toru koto. Ano Floating Net-o? Mo. Mo全部 Floating Net-o nie je? Ich hatte, hatte, hatte Oswoh jemals zu laufen. Ah, ima karo Osw. Je nach得en sind ja, dass, wie man nicht mehr ist. So, ne? Tadat beste? Jön. Jön. Akimoto-san. Ja, hai. Was denn tschuad? Moin moin dir, de! Moin moin, de! Es ist neu, hab ich ihnen name. So, dann schauen wir gleich mal. So, Akimoto ist zurück vom Naturteich mit dem kleinen Koi. Und erstmal die gute Nachricht. Es sind super interessante kleine Koi, Metallic Ojiba mit Taina, das war es jetzt gerade noch ein bisschen trüb. Aber es hat sich überwiegend die Genetik des Vaters durchgesetzt, der der Generin Ojiba war, Karashi Ojiba. Und das heißt, der überwiegende Anteil. Der Koi hat eine ganz normale Beschubung, also kein Aragoke, hier und da mal zwischendrin einer. Ja, aber man sieht, die Koi-Zucht ist doch komplizierter, als man denkt. Ich kann Ihnen sogar versprechen, es ist sehr viel komplizierter, als das gemeinhin angenommen wird. Oder wie man so schön sagt, sonst kennt es ja jeder, sogar ich. Ne, also die gute Nachricht ist, es sind super interessante Koi. Sie sind super groß. Also Akimoto hat er jetzt auf einen größeren Selektionsbehälter umgestellt. Und die Körper sind spitzenmäßig, wie gesagt, die Genetik geht sehr weit auseinander. Handicap war mal die Nein, ne? Sukunai. Sukunai. Das, was man gehofft hat, dass sich aus dem Deutz und dem Waggoy aus der Kreuzung wilde Beschubung ergibt, ist in dem Fall jetzt nicht eingetroffen. Kanashi? So, ne? Ich habe gerade gefragt, ob er traurig ist und er sagt, ne, weil es sieht ja gut aus, interessant aus. Und das sieht es auch, hi, hachime onegai. Ah, watashi wa. Atarashi bloodline no hachime no senbe tsu shi tai. Daicho wo? Ii jo. 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 Also ich bin jetzt der Erste, der bei einer neuen Blutlinie selektierende Sitzige ist. Die werden mich nachher auch fragen, ob das oder das interessant ist, weil der überwiegende Anteil der Konashi-Koi wird ja in Europa verkauft. Und ich bin gespannt. Aki-chan? Eh? Nein, Biki-kurai, Kochi? Biki-kurai. So? So. So. Tede, ne? Anno-Sais. So, jetzt gehen wir als erstes mal nach Aragoke. Anno-Mochuto Kochi Kochi. Also Makoto sagt gerade, die sind wirklich schön. Anno-Kamera. Ah, er hat gesagt, das Kamerabild ist schön. Alter, es ist neun Uhr morgens und ich habe keinen Bock jetzt auf so einen Scheißdreck. Ja, ich habe Kaffee, ich habe jetzt einen Kaffee getrunken. Und ich sage Ihnen jetzt ganz, ja, ah, Salwa, Aragoke. Ja, das ist ein Aragoke. Ich kaufe mir jetzt eine Brille, ich schwöre. Die sind immer dann höflich und sagen, das ist ein bisschen anders. Ein Aragoke, oder? Er hat jetzt gesagt, ein Aragoke sieht ein bisschen anders aus. Alter. Ja, Aragoke. Ein bisschen, ne? Ein bisschen, ein Aragoke, ne? Das ist ein halb Aragoke. Links Aragoke, rechts keiner. Ehe? Ja. Also, das ist jetzt so ein Zwischending, das ist kein Waggoy und kein Aragoke. Ein bisschen Aragoke-Typ. Das ist auch ein Aragoke-Typ. Das ist auch ein Aragoke-Typ. Er hat alles sehr schön. Er sagt, dass er auch schön ist. Natürlich ist er schön. Das ist auch schön. Das ist ja, ich bin auch schön. Aber es ist auch schön. Kinder sind sehr schön, ne? Ja, die光 ist auch schön. Ja, die光 ist auch schön. Also, die Gegenrufe ist auch schön. Also, der Hinweis ist auch schön. Also, der Hinweis ist auch schön. Der Hinweis ist auch schön. Das ist auch schön. Da geht mal? Ja, das ist auch gut. Ich denke, das ist gut. Und so ist er auch schön. Er hat jetzt gerade wirklich gesagt, als er auf meiner Schulter lastet wieder alles, er sagt gerade klar, nimm doch, wenn du ihn verkaufen kannst. Also die Genetik des Papas war wirklich die stärkere, weil er war der Generin-Waggoy und die meisten hier sind Generin-Waggoy, die wenigstens sind... Und da hat die Blur-Linie als erstes Selektiert. Die sind fast alle interessant, das ist ja voll geil. So richtig geile Kabarimono. Also alle. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ein wenig. Also auch ein bisschen aber okay? Normal wie, oder? Oder Mui? Ich drück gerade das Gelb durch. Finger raus aus dem Topf, Junge. Junge, bist du todesmüde? Kocchi? Kocchi? Den findet jetzt Makoto so toll. Mokindrin war wirklich nicht so schön, oder? Nein. Ah, Aragoke. Noch nie habe ich so bereut, Aragoke? Nein. Noch nie habe ich so bereut, dass ich nicht beim Optiker war, meine Brille zu holen, wie jetzt. Ich würde jetzt so gerne wirklich sehen, was da von mir passiert. Cool. Wie? Ich tue gerade nur die Spreu vom Weizen drin, aber nicht so richtig. Ah, ein alter Bekannter. Ja. Ja. Hier. Jetzt fragen wir schon an die Nannbiki-no-Ike. Also 60.000 gegen den Naturteich-kyo-nambiki. Ich frage schon gar nicht mehr, ich mache einfach. Die fragen mich doch auch nicht. Nein. Mal ganz ehrlich, haben die mich einmal gefragt, ob der oder der Koi jetzt gut oder schlecht ist? Nein. Aber jetzt nehme ich einfach mal einen, der nichts taugt. Nein, Spaß. Die sind alles super. Also deshalb könnte ich kein Koi-Züchter sein. Ich würde jetzt einfach alle nehmen und großziehen. Aber witzig, was da alles dabei rauskommt, man kreuzt einen Weißen und einen brauen-grauen Koi und plötzlich sind sie alle orange. So. Einmal machen wir noch. Geben mal ein bisschen weiter nach oben. Und dann. Jetzt nehmen wir noch Kashi-ra. Sie bei der Lotterie. Oh, viel. Er hat gesagt, ich soll immer so 20 Stück nehmen. Das sind so ein paar Nitsubiki, oder? Ich habe gerade gesagt, es sind so um die 20. Er sagt, ich bin Betrüger. Jetzt habe ich mich gerade gefragt. Aber ARغokken, por Ich glaube, es ist wirklich nicht so, dass man nur bei Koi-Züchter может nicht vor dem Koi-Züchter. Also, ich habe leider noch nicht vor dem Koi-Zuimmer. Er weiß nicht, oder? Also, ich habe den Koi-Züchter. Aber das ist die Koi-Züchter, der Koi-Züchter ist. Er ist mir einfach nur der Koi-Züchter. So, ich bin mit meiner Geduld schon in der Nachspielzeit und VAR, der Video Assistant Referee hat gesagt, ich muss jetzt ausgewechselt werden, weil das meine Geduld überreizt und mich stresst dann und ich könnte es wirklich nicht, dieses Tag für Tag selektieren und mich da jetzt entscheiden müssen, festlegen müssen. Mach mal langsam ja, deinen flinken Fingern. Tricky Finger, Makoto Tricky Finger. Tricky Finger, Makoto Tricky Finger. Tricky Finger Finger. Da, also Akimoto wird vier bis fünf Stunden brauchen, um die jetzt alle zu selektieren. Ich werde jetzt mal Koto weiter fotografieren und Sie sehen, man kann sogar, man kann sogar über Aragoke nicht Aragoke, nicht Aragoke, aber auch nicht Aragoke, aber auch nicht Aragoke. Also, wir haben jetzt insgesamt wahrscheinlich 20 Minuten Video. Es gibt einen Tag, ich между Kind und ich mache noch ein paar Tage. Ich danke dir. Ich danke dir.